Let's start again Danke nochmal an euch, dass ihr mir das hier zugeschickt habt Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung Solltet ihr Pokémon Karten, Yu-Gi-Oh Karten oder sonst für welche Karten sammeln Dann könnt ihr da auf jeden Fall für wenig Geld Booster Packs kaufen Schaut auf jeden Fall mal vorbei Link ist auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung Sollte euch das komplette hier alles gefallen Wenn ihr sowas öfter sehen wollt Dann lasst auf jeden Fall auch mal ein Like da Teilt das Video Würde mich echt tierisch freuen, wenn ihr das machen könntet Und ja, ich würde mal sagen Dann starten wir doch auch mal gleich mit dem Unboxing Wir haben hier ein Megastolos Ein Megagardewar Ein Protogrodon zweimal Und ein Protokaiokre Yay Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Protogrodon an Dann das Megagardewar Megastolos Und dann der Rest nochmal So Ich mache das Ganze auch mit der Schere auf Denn ich möchte nicht das Artwork irgendwie zerstören Und jetzt wird mir hier aufgeschnibbelt Schnipp, 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 schnipp So, ich habe mir schon so ein paar Videos auf YouTube mal ein bisschen angeguckt Wie denn die ganzen Pack Opener Wie man die auch nennt, keine Ahnung Wie die das dann genau hier machen Ganz genau So, ich habe schon Probleme irgendwie die Karten überhaupt raus zu kriegen So Ah, so geht das Super Es ist schon wirklich Jahre her, wo ich das letzte Paket oder das Päckchen geöffnet habe Es ist echt eine Weile her So Man dreht die Karten um Den Code behalte ich für mich Dann zählt man Eins, zwei, drei Und dann die zwei Die dann als nächstes kommen Tut man nach ganz hinten Denn das sind die, ja Seltenen Karten Und, ja Schauen wir uns jetzt einfach mal an Was wir bekommen Wir bekommen ein Barschwa Dann ein Schneckmack Super Also solche Artworks finde ich schon irgendwie cool Aber es gibt natürlich bessere Dann haben wir ein Skopel Dann ein Lorturzel Oh, wie süß Ein Medite Oh, ein Nidoqueen, ey Wie alt, ey Wie geil Das habe ich früher so oft in meinen Teams gehabt Ich hatte auch Nidoking immer Nidoqueen und Nidoking, ey In der roten Edition noch damals Gott, sind das alte Zeiten, ey So Dann ein Seemon Ey, das Artwork ist auch cool Dann ein Stolus Geistes Bunt, okay Dann haben wir als Reverse Hollow Nennt man die, glaube ich Ein Lampi Lampi Und wir haben Marx Baldrick Okay Eine Trainerkarte Super Ich hoffe, ich halte das Ganze hier mal ins Video rein Das sieht schon mal cool aus So ein Full Artwork hier Yeah Okay Sehr interessant Dann tue ich das mal hier so sortieren Und wir machen gleich mal das nächste Pack auf Und zwar machen wir jetzt das Mega Gardevoir auf Sorry Leute, weil das hier schon ein bisschen noch verplant ist Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache So, jetzt erstmal aufschnippeln hier Das wäre natürlich der Oberfell, wenn ich voll in die Karten reinschnippeln würde Das wäre natürlich der Oberkracher So, dann ein bisschen aufziehen Und dann kriegt man die Dinger auch komplett raus Perfekt So, dann machen wir den Kartentrick wieder Code kommt weg Zack, zack, zack Zack, zack Perfekt Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht So, als erstes haben wir ein Fritzlblitz Dann ein Barsch Ein Eneko Oh Gott, wie sieht denn das aus? Voll little, ey Richtig klein, ey So wie so eine Wachsfigur irgendwie So, Gagabor Auch ein richtig cooles Starter-Pokémon Das ist so ein richtiges Coolness-Pokémon Würde ich mal sagen Dann haben wir wieder ein Scopel Spricht man das überhaupt Scopel aus? Ja, oder? Scopel Dann haben wir ein Tauchball Ein Tentacher Full Art Ich weiß nicht, nennt man die Full Art? Das sind neue, oder? So diese Full Arts Also ich kenne mich da nur nicht wirklich so bombig aus Muss mich da erst noch einlesen, sag ich mal Auf jeden Fall, das ist schon mal krass Ein Tentacher Dann haben wir ein Vibraba Oder Vibrator, wie wir ihn kennen Ja, sieht schön aus Viele Vibrabas Dann haben wir ein Nidoqueen Reverse Hollow Richtig cool Ich würde jetzt noch gerne Nidoking kriegen Wenn ich ehrlich bin Nidoking wäre jetzt auch noch richtig cool Und wir haben ein Stahlobor Leider nicht ein Hollow Aber kann man nichts machen Es sieht trotzdem cool aus Yay So, dann machen wir das nächste auf Und zwar dieses Pack hier Oh, das wäre so krass Wenn ich eine EX-Karte rauskriegen würde Aber ich bezweifle es irgendwie Das wäre so cool Ich wünsche mir irgendwie eine Leute, drückt mir die Daumen So, Kartentrick natürlich Nicht vergessen Zack, zack, zack Zack, zack So So, ein Hornlio Habe ich nie trainiert Ich weiß nicht Also hat mich nie so wirklich trainiert Also Vibor-mäßig Habe ich nie irgendwie trainiert Aber mittlerweile ist, glaube ich Vibor ziemlich gut in Pokémon Oras Also in dem, ja Neuen Spiel Ähm Ein Zick-Zacks Supi Dann haben wir ein Knilz Knilz Karpets habe ich auch früher Ähm Bei Pokémon Rubin Habe ich das so oft am Anfang gefangen Das ist unglaublich Wie oft ich das so gefangen habe Seemops Alter, das Artwork gefällt mir ja richtig gut Was ist das denn für ein cooles Artwork? Alter, guckt euch das mal an Yay Seemops rollt Würde ich mal sagen Dann, Alter Dann haben wir ein Hydropi Ein Hydropi, was ein bisschen schüchternd ist Böse Ein Lombrero Ein Jungglut Alter, ist das Artwork cool Super Alter, das gefällt mir richtig gut Die Artworks sind richtig geil So, dann haben wir das Tafelwasserpack Alter Okay, supi So, und jetzt müsste die Reverse Holo kommen Und das ist ein Welser Und ich glaube auch noch Full Art Yeah Alter, was habe ich denn für ein Glück? Welser Und die letzte ist ein Oha Oha Stolos EX, Leute Stolos EX Wie geil Gerade eben sagte ich noch so Ey, bitte kriege ich eine EX-Karte Ich wünsche mir so sehr eine Und dann kriege ich auch noch aus dem Stolos-Pack Ein Stolos EX Wie geil ist das denn? Super Yay Gefällt mir So, dann würde ich mal sagen Kommen wir zu den zwei letzten Packs Und zwar Was ich halt übel gerne haben wollen würde Ist dieses Proto-Grodon Das gibt es nämlich auch als Karte Und wenn ich das kriegen sollte Alter Leute Ausrast-Modus aktiviert Auf jeden Fall würde ich mal sagen So, Kartentrick wieder Das kommt weg Eins, zwei, drei Und dann kommen die zwei nach hinten Und zack So müsste das passen Ganz genau Ich weiß, ich bin Kaito Kid So, hier haben wir ein Knackleon Ich muss das mal besser in die Kamera halten Ein Knackleon Dann ein Wulpix Nochmal ein Seemops Aber ein anderes Wie heißt das? Grammokles Achso, das ist ja dieses Schwert Achso, ja stimmt Grammokles Dann haben wir ein Hippopotas Hippopotas Dann haben wir ein Welser Nochmal Aber ein anderes Dann haben wir eine Spezialenergie Super Energie Ein Reptain Reptain ist schon wirklich cool, oder? Ich finde Reptain sogar besser noch Wie Gewaltrow Ich meine, der Name ist schon cool Gewaltrow Das hört sich an Ja klar, gewaltmäßig Aber Reptain Yeah, Reptain Gefällt mir irgendwie So Dann haben wir ein Hydropi In Reverse Hollow Und Ein Rehonior Super Auch selten bestimmt Yeah So Leute Dann kommen wir zum Allerletzten Pack Proto Groudon Ich hoffe so sehr, dass der da rauskommt Ey Boah Ich würde ausrasten Ey Die ist bestimmt scheiße selten Natürlich ist die selten Was für eine dumme Frage Aber Das wäre so cool Wenn ich die kriegen würde Leute Drückt mir jetzt bitte die Daumen Wie gerade bei Megastallus Drückt sie einfach wirklich Drückt sie tot Drückt eure Daumen tot Ganz genau So Kartentrick natürlich wieder Jetzt kommt Magic High to Spooky Super Super Wie Frankie sagen würde So Dann haben wir hier Ein Fritzelblitz Ein Barschwa Wieder ein Eneko Ein Gekabor Ich würde jetzt noch gerne Gewaltrow kriegen Dann haben wir wieder Ein Skopel Oh Was ist das denn für eine Energie Nochmal eine Spezialenergie Das ist doch diese Feenenergie Die ist glaube ich neu Ich glaube die gibt es schon Seit den letzten Packs oder so Aber die ist auch neu Seitdem es eben die Feen gibt So Dann haben wir Ein Fritzelblitz Fullart Wieder Super Dann haben wir jetzt Ein Tentacher Fullart Tentacher Äh Welser Und Fritzelblitz Aber wir gucken gleich nochmal Vielleicht habe ich jetzt Einen vergessen Aber schauen wir gleich mal Dann haben wir Senior und Junior Trainer Und jetzt müsste die Reverse Holo kommen Und das ist ein Zabladin Mann ich hätte gerne Die Weiterentwicklung Aber okay Passt schon Sieht aus wie Ja ihr wisst schon Wie das aussieht Ihr wisst das ganz genau Und ein Tangoloss Super Okay Das waren auf jeden Fall Die Packs Ähm Ich würde mal sagen Kurzer Cut Und dann schauen wir uns Die besten Karten Nochmal kurz an Bis gleich So Freunde Da bin ich auch schon wieder Ich habe jetzt mal kurz Die Karten sortiert Äh Welche einfach die besten Meiner Meinung nach waren Ich hoffe ich Liege da jetzt richtig Und Ja schauen wir uns Einfach nochmal kurz an Und zwar Habe ich ja Drei Fullarts Vorgenannt Und das war auch richtig Und zwar Tentacher Fritzelblitz Und Welser Was also Richtig cool ist Ich finde diese Fullarts Richtig cool Ich weiß jetzt nicht Ob die einen Hohen Wert oder so haben Ähm Aber ich glaube irgendwo schon Also es sind trotzdem Normale Karten Nur eben dass sie eben Fullart haben Und das sieht schon Wirklich cool aus Welser ist natürlich die Bessere Und wahrscheinlich die Seltnere Karte Aber Okay So dann kommen wir Zu den anderen Das sind dann Stahlobor Tangoloss Rihonio Ganz genau Da ist natürlich Rihonio Wahrscheinlich Die seltenere Aber Super Karten Auf jeden Fall Bin ich echt froh Dass ich da So guten Draw hatte Nennt man das so Könnt ihr in die Kommentare schreiben Dann hatten wir Natürlich hier Zabladin Zabladin Ein Lampi Hydropi Nidoqueen Das waren natürlich Die besseren Karten Das waren die Reverse Hollow Äh So jetzt mal Die Kamera halten Ganz genau Da ist natürlich Meine Lieblingskarte Nidoqueen Ich bin Ah die habe ich So oft früher Also ich habe Nidoqueen So oft früher Getrainiert Das war einfach So ein Lieblings Pokémon von mir Was ich so oft Trainiert habe Das war einfach Göttlich Das Pokémon In meinen Augen So dann haben wir Natürlich diese Zwei Karten Noch gekriegt Und da ist Natürlich das hier Das Highlight Wirklich Dass ich die noch Rausgekriegt habe Echt super Ich hätte mir Gerne Brutto Groudon gewünscht Aber man kann Eben nicht alles Im Leben haben Würde ich mal sagen Oder Naja Freunde Das war es dann Eigentlich schon Von dem Video Ich hoffe euch Hat dieses Video gefallen Ne sieht man nicht Ich halte es jetzt Einfach so rein Ich hoffe euch Hat dieses Video gefallen Schreibt es auf jeden Fall In die Kommentare Wenn ihr sowas öfter sehen wollt Vielleicht kann ich auch mal So ein Deck öffnen Oder so Es gibt ja diese Themen Decks Die jetzt auch neu Rausgekommen sind Oder es gibt auch Tinboxen Alles mögliche Ich schaue mal Ob ich da vielleicht mal Was kriege Dass ich das dann auch mal Aufpacken kann für euch Und euch mal zeigen kann Wie gesagt Wenn euch das gefallen hat Dann teilt dieses Video Liked es auf jeden Fall Zeigt es einfach Euren Freunden Und damit würdet ihr mich Wirklich sehr 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 Unterstützen Und schaut auf jeden Fall Nochmal bei Gate to the Games Wobei Link ist auf jeden Fall Unten in der Videobeschreibung Ihr kriegt da wirklich Super Booster Packs Für wenig Geld Ihr seht ja Ich habe hier Ein staulose EX rausgekriegt Also Das muss schon was heißen Leute Und Ja Freunde Das war es auf jeden Fall Von dem Video Ich bin das Boogie Haut rein Bis zum nächsten Mal Tödödödödöd